Herzlich Willkommen zur außergewöhnlichen Street Photography bei Dioxin. Wir sind heute in Osnabrück. Wieder geht es darum, wir nehmen das, was wir können und schenken es anderen. Wir schenken Freude. Ich mache mal ein Foto, um zu schauen von der Belichtung. Sehr schön. Okay. Das muss ich machen. Wir können das einfach hier machen. Schau einfach in die Richtung. So, schaut an. Sehr schön. Ich kann dir auch mal zeigen, wie das ausschaut. Kommt mal vom Stil her. Ist schön. Vielleicht auch einfach... Schau noch mal ein bisschen in die Richtung. Ja. Stell dir vor, da kommt gerade dein Taumbahn entgegen. So. Sehr schön. Vielleicht sogar einmal, wenn du dich hier an die Wand lehnst. Ja. Also zum Beispiel so. Und so ein bisschen den Kopf in die Richtung. Ja. Ja, genau. Sehr schön. Okay. So. Bleib ruhig noch mal so. Genau. Schau einfach mal, dass man das Schild nicht gebraucht hat. Sehr schön. Okay. Vielleicht sogar einmal hier auf der Bank. Ja. Dauert auch nicht lange. Also ist immer rucki zucki. Ja. Vielleicht hier von dieser Seite. Du kannst dich einfach hier hinsetzen. Ja. Und das ist ganz schön, ein bisschen einfach von oben mal in Koto zu haben. Ja. Du kannst auch ein bisschen in die Richtung schauen. Ich sag das immer in die Richtung, weil das von dich ganz schön ist. So. Also das ist eine sehr schöne Haut von mir. So. Wenn du willst, ich hab immer noch so zwei Sonnenbrillen dabei. Ja. Ich zeig dir das mal. Vielleicht gefällt dir ja eine. Eine in grün. Ja. Und eine in blau. Ja, können wir auch machen. Vielleicht die blaue? Ja. Das hat auf den Fotos immer noch einen ganz coolen... Look. So. Jetzt. Schau dir nochmal in die Richtung. Das ist cool. Einmal in die Richtung vom Lahn. Oh, 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 oh. Ähm, wenn du willst, ich kann die Tasche hier in meine Finger nehmen. Ja. So. Und das geht? Ja, passt. Genau. Du kannst auch eine Hand in die Hüfte nehmen. Genau. So. Oder die andere Hand. Ich glaub, die geht besser. Das ist schön. Schau einmal. Okay. Sehr schön. Mach noch einmal. Und schau nochmal einfach in die Richtung. Ja. Okay. Noch einmal ohne Brille. Lululu. Okay. Noch einmal vom Nahen und dann ist es gut. Okay. Ich denke, es ist schon ein Goodie. Okay. Ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018